100 Minuten Wenn er hier schon stehen bleibt, habe ich schon ja keinen Bock mehr drauf. Ich bin schon noch ausgestiegen. Da kommt ja auch schon der Bomber. Die werden sich hundertprozentig anschisseln. Achja, jetzt bist du ja wieder der Truppführer, hast du das mir doch noch in der Sina abgenommen, siehst du? In der letzten Minute habe ich sie noch weg, entrissen, das Zepter. Ich glaube, das haben wir in der Vorfolge ja nicht gesagt, war? Doch haben wir, doch haben wir aber nur ganz sachte. Haben wir nicht? Nein, dann wird es eine Bonus-Folge. Gut. Dann wird es eine Special-Bonus-Folge. Eine Special-Bonus-Folge. Mhm. Also was ganz Besonderes. Da könnt ihr euch schon mal freuen, ihr wisst nämlich selber nicht, was das bedeutet. Ne, ich auch nicht, aber das ist was ganz Großes. Ganz Großes Kino wird es. Ich meine, wo bleibst du denn? Sag mal, du brauchst ja ewig. Ich bin doch schon bei D. Echt? Ja, ich bin schon vor dir, schon lange. Oh, ich bin fast tot. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. So. Oh. Was war denn das? Den habe ich aus einem Meter Entfernung mit der Panzerabwehrbüchse getötet. Und ich habe selber keinen Schaden genommen. Okay. Gut. Hallo. Sag mal, da fährt ein Panzer von uns, fährt da und daneben fährt ein Auto, der uns erstmal abknallt. Hallo. Von den Gegnern ist der Panzerfahrer behindert oder was? Wirklich. Noch 2 Minuten 45 Sekunden, dann ist der Boost vorbei. Ja, ich muss mich hier auf andere Sachen konzentrieren. Lad nach. Bastard. Oh Gott. Warum kommen die alle von hinter uns? Das ist die Oberjahne. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Leute, Leute. Ich kann mich nicht verstecken. Das war's. Ich weiß ja nicht, wo ich mich verstecken soll. Wir sind überall Jäger. Warum sind die denn so aggressiv? Wo machst du denn schon 10 Kills? David, ich töte hier jeden nach dem anderen. Oh, was ist denn da los? Oh Gott. Was war denn das? Du warst schon 10 Kills. Krass. Und 3 Minuten nicht schlecht. Jute, Jute. Oh ja. Halt wieder ordentlich. Halt wieder ordentlich vorgepuffert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum die von vor und hinter uns gekommen sind. Na, die sind bestimmt hinten rumgeschlichen. Diesen Hinterausgang da. Oh ja. Und dann... Steht ja das Pferd hier mit dem Kopf im... Wurdest du hier schon wieder beschossen? Ach du Scheiße. Oh ja. Boah, der hat ihn ja getötet. Geil. Überlebigt ihn wieder. Der könnte als Ablenkung dienen. Da kommen sie. Da kommen sie. Ich hab ihn. Hab ich. Achtung. Brandgranate. Oh ja. Das war gut, dass wir ihn wiederbelebt haben. Ich bin tot. Martini in der Infantrie. Was? Wieso denn? Oh, du wurdest wiederbelebt. Achtung. Gut. Nein. Jetzt müsst ihr rüber, damit ich mich heilen kann. Nein, Robi. Oh Gott. Bist du wahnsinnig. Oh, Franky hat uns irgendwas hingeworfen. Wir haben das Ding bis hier geworfen. Wer hat das gemacht? Der steht doch bei dir drüben. Oh, oh. Verblendgranaten. Warum rennst du weg? Jetzt bin ich hier alleine. Ach so, ich dachte der Franky steht da drüben. Entschuldigung. Jetzt bin ich hier alleine. Wo seid ihr alle? Irgendjemand snipert doch hier noch. Ich weiß schon, der sitzt da auf dem Dach wieder irgendwo. So, ich geh erstmal hier raus. Ich geh da hinten lang. Ich nehm euren ängstlichen Angsthasenweg. Den nehm ich auch. Ja. Gib mal. Jetzt hat er schon ne große Fresse. Nur weil er jetzt mal 10 Leute da innerhalb von 20 Sekunden da getötet hat. Gib mir mal lieber Munition. Mann, geht durch hier. Ich kann nicht. Ich hab keine Munition. Schön. Den kill da ihr klaut. Assi, basi. Du nicht. Ne, ich nicht. Ne, ne. Ich hab auch keinen getötet. Ei, ei, ei. Komm mal jetzt. Schon wieder tot. Ach, warum? Was hat der denn für eine Mega-Waffe, Alter? Hat jemand Munition übrig? Ah, du bist es abgelaufen. Ja, ich sterbe ja noch nicht. Sofort unterbrechen. Ja. Hallo. Ja. Und direkt wieder. Äh, sowieso. Eine Fotze. Gottes Willen, ey. Jungs. Mann, du Fotze. Wenn dann Milliarden von Gegnern sind. Ja. Richtig. Genau. Was ist denn mit ihm? Der klettert jetzt da hoch, oder wat? Na ja. Wollte ich auch grad fragen. Ist der bescheuert, oder wat? Fahrrecke da, du Bastard. Oh, ey, der dein Rohr da rausholt. Unglaublich. Oh. Ist aber auch ewig. Hier kommen ganz viele hoch und runter. Geh weg da, du Assi. Warte mal, nicht, dass die von hinten kommen. Ne, noch nicht. Muss man nachladen. Wir haben Einsatzziel, Emil, verloren. B haben sie übrigens, ne? Die werden bestimmt gleich von hinten dann sich ansneaken hier. Gute schön. Gute. Mann, ey, weg. Geh doch mal aus dem Weg. Sowas macht mich richtig sauer. Ja, ja. Er kommt von hinten. Hat er jetzt hier? Hat er. Gut. Oh, der Erste ist hier schon tot. Skinhütte-Zeichen. Keiner brauchen ein Sniper gewesen sein. Graskranotte, Mann, du. Graskranotte. Graskranotte, du, sag mal. Ach, ne. Alle tot hier draußen? Schön. Oh, nicht ganz. Dann werde ich die Runde mal mit Null, äh, mit Null, Null Todes, äh, Toten. Du bist schon eh mal drauf gegangen. Ach, wat. Echt? Ach, wat. Wann, wann, wann war da denn das? Und warum treppigt den nicht? Du kannst nicht sterben und dann musst du halt trotzdem drauf gehen. Jetzt muss er nachladen. Ach, man, leck mich. Was, 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 was war denn das jetzt hier? Wer hat uns denn da geboomst? Wiss ich nicht. Ja, jetzt bin ich tot. Gut. Dann lassen wir's. Dann lassen wir's. Hallo. Oh, doch nicht gut. Danke. Danke. Ey, guck mal. Ey, guck mal die Panzerbüchse nachladen. Schneller. Oh, vollen Rücken geschossen mit dem Ding. Jetzt kommen sie hoch. Jetzt kommen sie. Wir haben... Wie kann der denn... Wie kann der mich dann erst töten und denn dich? Geil. Sarge und Pepper lag hinter dir. Wiederbelebung. Oh, komm, mir liegt mich wieder. Ja, Mann, voll geil. Sind die hier drin? Endlich mal, Leute, die du doch tatsächlich... Hä, wie kann er den denn übersehen? Sag mal. Der steht hier genau. Oh, der... Der stand über unsere Leichen. Na, ich hab ihn jetzt schon getötet. Wahrscheinlich. Grenn er nicht weg und lass den Leben. Aber... Wie... Trotzdem frag ich mich, wie man soweit übersehen kann. Eigentlich schädet nicht, ne? Nee, das geht eigentlich nicht, ne? Stimmt. A, B haben wir mal einen Weg. Wer ist das? Ach du. Okay. Ich würde die Geleitschutz geben, ja. Ja, das... Freundlich, ähm. Wir verlieren Einsatzziel C, Sarge. Oh, C verlieren wir, sehr gut. Sehr gut, ja. Wir haben Einsatzziel Emil. Da ist doch mal schön. Oh, C nehmen sie schon. Und ich werde besnipert. Oh, und runter. Dann. Oh, C ist jetzt hier ein schön am... Oh, Mann. Ich... Wann heilt der sich denn mal? Maschinengewehr gesichtet. Wir haben Einsatzziel C, Sarge. Weitere SMG gesichtet. Aha. Ja, nun komm. Ist gut hier, du was... Jetzt... Warum schießt der denn nicht? Hm, jetzt hatte ich vorhin auch schon mal. Ah, du Fotze, weil ich wie schneller war. Ja, Pech. Ich brauche hier eine Munition, ich brauche Heilung gerade. Heilung? Aber du bist doch Sunny. Ja, aber ich habe ja den Granatwerfer bei. Was da? Aber jetzt hockt jemand wirklich oben auf dem Dach, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn der? Da steht ein Panzer draußen, oder? Ach ne. Ja, irgendjemand ist auf dem Dach, ja. Oh, bei dem Gang zu B kommen sie. Ich komme. Auch mal wieder ein Kill, Gott sei Dank. Was steckt der sich hier? Und noch einer. Heilung. Brauch Heilung. Eine miese Scheiße wieder. Keke hier, du. Ja, genau. Wenn mich so eine Wehrgranate trifft, ich bin immer gleich tot. Beim allerersten Mal. Hier, die... Martini Henry. Die Cheating Cowboy ist hier nicht. Nein, nein, geht. Na ja, wirst du sicher nicht. Ach, bist du gerade im richtigen Moment gespawnt, du Bastard? Kann ich dich auch gleich noch töten? Wie gut gespawnt? Schöner Spawn. Bei mir eben auch. Ich habe den einen gemessert. Und dann ist der direkt gespawnt. Und dann wurde der auch gleich gemessert. Na ja, so muss jetzt sein. Boah Gott, schein' nett. Was? Oh, der kommt da. Oh, Mann, danke. Ich habe mich voll erschrocken. Guckst du, ich wollte drücken. Oh, wo kam die denn her? Nein, die Garnate, die. Ich hab noch so eine Freundin mit dir. Wo kommt denn die Gavi her auf jeden Mal? Kommt denn die Gavi her? Sag mal. Oh, der wird mir nicht richtig. Timma, Timbu. Gibt's hier nix zu putzen, oder wat? Pfff. Oder eis zu kochen, oder? Gibt's hier nix zu kochen? Meine, das ist nur für das YouTube-Video. Ganz ruhig, so denke ich doch nicht. Bist du doch. Na klar, wir sind... Neuschen. Wir sind asoziale Schubinisten. Das muss man sagen. Haha. Kann man denn hier oben den... Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Ne, wir sind natürlich... Keine Schubinisten. Um nochmal klarzustellen. Ah, mich tötet der innerhalb von Sekunden mit dem Veteranen-Infanteristen. Ach. Jetzt mal am Arschlecken. Und weg, Sniper. Dort. 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 Top, äh, fette Grill. Man, die sind immer noch hier oben. Ich hasse sowas. Oh, geil. Dann läuft an meiner eigenen Leiche vorbei. Dann kann ich ja die Klappe mehr nehmen. Kannst du machen, ja? Ich komm zu dir. Die sind immer noch da oben, die Sniper übrigens. Na, danke. Ich weiss noch nicht, wo die Sniper hier sind. Man kann sich ja hier auch nirgendwo verstecken. Ne, das stimmt. Man kann es probieren, aber es wird schwierig. Ja. Oh, nee. Ey, der ist tatsächlich wirklich da. Ey, dieser scheiß Sniper-Wixer, die können sich tatsächlich überall... Ach, da, da ist noch so ein Nerf-Spot. Belebt dich wieder. Nein, der hat mich schon durchgedrückt. Aha, jetzt hab ich deine Klasse-Wur noch angenommen. Na ja, ja. War's doch gut. Bastard-Sniper. Wo kommt der denn her? Na ja, jetzt bin ich hier schon tot. Da ist noch einer an der Leiter. Ach, den hast du. Das ist mir scheiße. Ich bin jetzt runtergesprungen. Da war der ja eigentlich. Ey, das gibt's einfach nicht. Mann, du Hure. Ich belebe mich wieder. Ja, mach, mach, mach. Oh, nee, wusste ich erst mal, du hast jetzt diesen Granat. Hinter uns. Ja, da war er schon wieder. Oh, die Granate. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich belebe dich wieder. Oh, da lieg ich. Da ist er sitzig, ja. Schön. Ist der tot, der Bastard? Ja, der ist tot. Gut. Nö, ich hab dich erst mal wiederbelebt. In der Hoffnung, dass der dich dann gleich tötet. Mhm. Hauptsache kriegt man den Punkt ab. Ja, richtig, ja. Mann. Ja. Muss mal erst an sich selber denken. Und du hast hier diese Gewehrgranate dabei, ja? Ach, dat meintest du. Okay. Mann, knall den ab da, den Hörschbastard. Ach. Das gibt's einfach nicht. Der steht hier oben immer noch. Bist du behindert? Sag mal, Junge. Der steht da immer noch. Wie drauf jetzt? Und da oben stehen die immer noch, die Bastardfoss. Auf dem Dach liegen die. Echt? Auf dem Dach mit der Panzerlöchse. Ja, deswegen nicht hier raus, ja. Nee, das darfst du auch nicht machen. Ihr braucht Moni. Ich kann ja mal einen Versorger nehmen. Nur mal kurz, um dich aufzumunitionieren. Granate. Warte. Granate. Warte. Kann nicht spawnen, jetzt. Hier. Die Munition irgendwo. Habe ich da hin gefeuert. Einfach irgendwo hingefeuert. Hier. Hier. Ich bin tot. Und ich war. Wo sind sie denn? Das war geil. Der Netcode hat mich jetzt komplett überhaupt nicht rausgelassen. Ich konnte überhaupt nicht laufen, ja. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich weiß nicht. Wo sind sie denn? Keine Ahnung. Bist du hier runtergesprungen? Nee. Hier bist du. Hier links liegt einer auf dem Dach, übrigens. Ich glaube ich gar nicht in deiner Nähe. Aber es macht nichts. Dann komme ich jetzt nämlich in deine Nähe. Huh! Ja, bin ich. Oh, da links. Eieieiei. Eieiei. Eieieiei. Eieiei. 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 Was ist denn? Der hat mich durch diesen Schlitz da abgeknallt, der Bastard. Eieiei. Ein Schlitzbastard. Bestimmt ein Asiate. Bomm. Ich treffe ihn nicht. Nee, ist klar, natürlich nicht. Und dann werde ich von dem Außen. Von dem Wicke Sniper, von dem Bastardvogel. Von draußen, na. Ja, ruckzuck hat er auch, ja. ich gehe zu dir hier oder ne geht doch nicht noch hier ja nicht mehr ich bleibe hier bei c drin und hoffen das war ja ein paar küls abharschen wie sie da oben liegen die ganze zeit über oder das ist am anfang anliegen jedoch da oben oder mannenswürden willst wer hat ihn denn schon wieder wie sind die denn da eigentlich hin gekommen mit dem flugzeug und dann mit der schrotflinte wieder ist das ein bastard und da kommen noch zwei drei leute da links ja und jetzt halt nur 13 getroffen ich habe genau denselben schuss gemacht wie eben die granaten genauso diesmal hat nun 0 ab 13 gemacht hier belebte alle schadenspunkte ja kassi in einfang war warte mal dann ist der da in auge gelten kann doch nicht wahr seine kann doch nicht sein ernst sein ist euer ernst hier wieder nee ist es nicht die alle tod aber wo sind die denn hin das ist denn hier so krass explodiert gerade haftmine und die mich verarschen auch mann diese scharf schützen da oben ist doch scheiße danke franke das ziel darf nicht verteidigt es und thema munition hä sag mal schieße gegen eine unsichtbare mauer und meine sind doch wieder die scharfschützen draußen oder einsatz nicht nur die 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 Mann, bin ich blind, oder was? Gibt's doch gar nicht. Achtung, da ist ein Scharfschutz, sie tötet ihn. Aha. Ja, sag mal, den kriegt keiner da tot? Wollt ihr mich verarschen? Na, haben sie es endlich. Na, Wahnsinn. Einen Nutten. Einen Nutten. Ja, WD ist spawnt, hier lässt mich fast zu einer anderen Map wieder raus, Mann. Jetzt spawne ich mal WD hier direkt. Oh, da unten, da sind sie schon wieder. Und Sniper hoch schon wieder und runter. Doch, jetzt kriegt man nicht mal Punkte für das einnehmen, ja. Darauf geschissen. Obwohl, nee. Wollen dann vielleicht auch mal Jäwin war. Ja. Können wir jetzt auch mal machen. Gut. Zu C weiter? Ja. Gut, glaube, dass wir gleich tot sind, wenn wir hier weiterlaufen, ja. Scheiß, warum stammt, wie oft ich schon gedacht habe, dass dit, dass dit ein Jägner ist, ey. Oh, oh. Was? Da liegt Ena, ach man. Ist da noch Ena versteckt, ey, komm. Ja, wiederbelebung. Warte mal, da kommt ein anderer Sani. Ja, er kommt, Franky kommt wieder. Ah, Franky ist super. Franky ist toll, huge Franky. Franky mit E. Ach ja, dat war ja der Vogel, der im Jägerischen Team war in der anderen Runde. Aber trotzdem, Sanitäter-mäßig ist er top, immerhin. Oh ja. Okay, denk dran, wenn wir jetzt rüberlaufen. Sniper, da drüben. Das ist hier. Ah, scheiße. Oh man, ich werde schon wieder beschossen. Oh, was ist mich denn? Och, da oben, jetzt ist schon einer, das sind nicht mal mehr Sniper, die da oben sind. Jetzt ist einer schon mit einer Hellriegel da oben. Oh, was? Junge, du hast gerade auf mir draufgestanden, belebe mich gefälligst wieder. Kommt schon, zweimal sieben Meter. Leute. Oh, sie kriegt sie hier, weil wirklich Franky ist, dann wird hier nischt. Ich kann, dass man sich selber wieder beleben kann. Mann, komm. Ah ja, das wär natürlich geil. Gleich wieder tot, geil. Ah, ich halte hier auch nicht mehr lange durch. Genau in dem Moment kommt er wieder, ey. Sergeant Pepper, der nervt auch schon wieder, ey. Krass. Mann, ey, die Hocken, die haben nichts anderes zu tun, außer die ganze Zeit da oben zu hocken. Ich würde gerne das Team wechseln, in diesen Squad spawnen und oben alles mit C4 wegbomben. Das wär jetzt das, was ich sehr gerne machen würde. Ganz ehrlich, nur dann komm ich ja nicht mehr zurück in unser Team. Wär jetzt schon ganz geil, eigentlich. Ja, das wär richtig gut. Einfach nur ein bisschen trollen. So wie die eigentlich die ganze Zeit machen, ich nehm jetzt erstmal B ein, ja. Oh, dann komm. Dann haben wir halt den Großteil der Sachen. Ja, sollen die halt da campen. Gut für uns. Also als Team zumindest hier. Boah, das Flugzeug schön da oben hingeflogen. Läuft bei ihm. Was war das denn? Fliegt bei ihm. Was ist denn das? Nein, nein. Oh, ich hab's noch gesehen. Oh ja, danke. Sehr gut, Frankie. Stolperdraht. Ah, er hat mich gleich wiederbelebt. Ich hab jemanden mit der Spritze getötet. Super. Der muss sich auch denken, ey. Also mit der Spritze wurde ich noch nie getötet. In den ganzen tausend Battlefield-Stunden. Das ist mir noch nicht passiert. Ja, aber der hat wirklich gar nichts gemacht. Ach Gott. Und da spawnen die nämlich auch die ganze Zeit. Ja, die sind doch schon wieder oben auf dem Dach hier drauf, Mann. Aber diese Scheiß-Leuchtfackel verrät einen natürlich auch. Die fackelt ja auch ewig. Die hört ja auch gar nicht auf zu brennen hier, wa? Die Scheiße. Oh, die ist relativ lange, ja. Jetzt. Nee, sind doch welche von uns hier. Wir haben ein bisschen weiter nach vorne, dann siehst du meine Leiche dort liegen. Alter, was? Wir brauchen unbedingt C. Sofort weg hier. Alter, ey. Die Jungs, verteidig doch mal. Liegt es euch nicht daran, dass wir hier auch mal gewinnen vielleicht? Oh, guck mal diese Noobs, ey. Keine Ahnung, haben die nicht mal die simpelsten Prinzip... äh, prinzipien... 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 Ich krieg ihn auch nicht tot, weil ich einfach zu dem, ich bin krank. Ist der immer noch da oben? Bin der Einzel bei D gerade? Bin bei C. Oh, da oben hockt wieder irgendwas. Sonst, Schlaumeier, ey. Den triffst du einfach nicht. Den triffst du nicht. Warum? Komm, Wiederbelebung mach. Komm schon, mach. Mann, jetzt ist der... Nach, das wird noch nichts mehr. Boah, ich will nicht die einnehmen. Ja, aber gut. Ich will wenigstens noch ein paar Punkte machen. Das fiel da! Herr Oman! Was, ey. Was, ey. Was, ey. Ja! Du, ey. Ich hab's genau gesehen, wie du... Die hier sind übrigens Gegner. Hm. Gegners. Bin tot. Einsatzziel David. Schon der da nicht tat, komischerweise. Ja, nicht schlecht. Wollte ein bisschen... Sehr nerdig. Nerdig. Wenn ich mit der Hellriegel schon auf ihn... Ihm voll im Visier habe. Bevor er mich... Die sind immer noch alle... Die sind immer noch alle da oben. Da ist immer noch kein Einser draufgegangen. Total krass. Naja, doch, jetzt hab ich mal einen Wunderbeirchen. Die haben wirklich... Das ganze Spiel über da oben verbracht. Kass. Unfassbar. Schöne Geschichte. Ganz tolle Geschichte. Einen, die man noch seinen Enkeln erzählen kann. Oh. Auf jeden Fall. Und da muss aber irgendeine Nische sein, wo die sich verstecken können. Weil egal. Die Gaskanate. Sonst würden sie draufgehen. Die trifft nämlich keinen mehr im Moment. Na gut, wenn sie... Na gut. Die haben jetzt zur Not auch ihre Masken. Also muss man ja mal fairerweise dazu sagen. Ach, die haben auch Masken. Ja, die haben auch Masken. Aber jetzt hab ich einen. Nein. Ja, jetzt hat mich fast selber getötet. Krass. Das ist unfassbar. Ich hab da oben zwei Granaten reingehauen. Diese Dinger. Den stärksten... Ich auch, ja. Am meisten Schaden hab ich gemacht. 79. Einer hab ich leider gegen die Wand geschossen. Die kam zurück. Ich hatte noch genau acht Lebenspunkte. Also da macht's dann auf einmal 92 Schaden. Das versteh ich nicht. Der kann nicht wiederbeleben. Da sind zwei Gegner, nicht? Oh, zu spät. Gut, egal. Das hätten wir nur locker gewinnen können. Aber nee, die Leute sind ja immer zu... Ja, geil. Und noch zwei Mal gestorben am Ende. Schön, danke. Kann ich nicht mehr beitreten? Ach so. Für mich war das Spiel schon vorbei. Schon dann hier könnt ihr... Erst du von vor. ...spielt vor. Da könnt ihr euch schön absnipern. Oh, man ey. Könnt ihr euch gegenseitig hin runtersnipern. Gerade so... 1, 2, 4, 1, 0. 1, 1, 6, 8, 2. Eine schlechte Runde. Ballsall ist auch nicht mit, was das Bummer war. Ja, also da oben müsste Dice jetzt eigentlich mal mittlerweile da umfass hinmachen, damit sie da nicht mehr hin können. Highlights. Auf der Extreme, du kommst ja da auch nie. Da oben bringt ja auch nischt, die nehmen nischt ein, die machen ja nischt. Die machen einfach nur ihre Kills. Die machen da ihre Kills per C. Die ganze verdammte Runde über. Die sterben halt nicht oft, ja. Eie, das war ja keine gute Runde. Ne, die war total scheiße. 34, 15, 29, 14. Aber ich kam mir gar nicht so vor. Ja, ich kam mir gar nicht so vor. Ach, der Trupp hat 1,36 Killsverlust. 2,06. Ja, stimmt. Da hab ich ja jetzt ausgerechnet. Nochmal im Kopf. 2,25 hab ich auch schnell gemacht. Ja, 2,25. Klingt mir nicht so schwer. Ich bin ein Mathe-Genie. Da hab ich ja auch. Ja, wir beide. Ja, klar. Tschüss. Danzig.